Ich bin die Regula Imperatori. Ich bin seit 38 Jahren um Kühe mit Hörnern. Seit 14 Jahren haben wir einen Freilaufstall. Für mich ist es selbstverständlich, dass die Kühe ihre Hörner behalten dürfen und das geht wunderbar in diesem Freilaufstall. Ich wäre sehr froh, wenn ihr abstimmen und Ja stimmen für die Initiative, für die Würde der Kühe.